hallo meine freunde und herzlich willkommen zu minecraft ja ihr kennt alle die liebe liebe blockwelt ich weiß es ist wahrscheinlich schon ein ausgekautes thema aber ich möchte das hier unbedingt machen ich würde das gerne mit euch zusammen spielen wir werden einige sachen bei ja gut da das erkläre ich euch gleich also ich würde es gerne mit euch zusammen spielen hier schöne sachen bauen und die abenteuer mit euch zusammen erleben und ich hoffe ihr bleibt dabei und seid dabei und wir werden hoffentlich viel spaß miteinander haben vielleicht kriegen wir ab und zu ein paar besucher wir werden hier hoffentlich einiges bauen können und dahinten ist ein dorf das ist ja direkt ein dorf ich würde auf jeden fall sagen wir legen direkt los ich erkläre euch das mal hier ich habe ja ein hoch das war was nein war nichts oder war was war nichts oder ihr habt nichts gesehen ich habe nichts gesehen ich habe keine ahnung mein name ist hase ich weiß von nix so ich würde sagen also ich habe mich jetzt hier oben gerade mal umgeschaut ich finde diese ecke hier sieht man jetzt schlecht aber hier ist da wo das skelett steht könnte man ein schönes hütchen bauen und ja da sind schon zwei endermänner drei creeper drei ja drei vier fünf sechs sieben acht neun zehn acht du heilige okay vielleicht sollten wir hier oben bauen direkt weil vielleicht sollte ich hier oben anfangen zu bauen und dann irgendwie was dahin oder so und vielleicht baue ich mir hier einen Turm ich weiß es nicht also wir haben eine mod auf jeden fall drauf und das ist optifine weil ich finde das ist unschlagbar optifine mit sildur shader das ist der wahnsinn ich finde das einfach ich empfinde das als ein muss weil das in vanilla kann man sich das nicht mit ansehen mit der zeit wenn wir wahrscheinlich auch noch ein paar andere mods zur funktion bringen da sich das ja anbietet es gibt so viele verschiedene mods es gibt ja mods für alles und ich finde das einfach schön wenn man sich das hier alles ein bisschen zusammen modifizieren kann ne ich würde mich jetzt auf jeden fall mal auf die suche machen hier auf für einen schönen platz zum bauen ich will mich ständig drucken H monumental ist die renntaste hier die shift haste ha대 hier geht schon rund sauber läuft oh ist betaliv drin oh betaliv ist drin wieso funktioniert denn der betaliv nur mit ja ich hab also noch betaliv Ich weiß jetzt gar nicht, ob Just Many Items müsste vielleicht... Just Many... Ne, Just Many Items. Just Enough Items ist Just Enough. Enough? Enough? Enough Items. Oh, guck mal hier. Das bietet sich doch wunderbar an hier. Ja, es wird doch Tag. Das ist noch besser. Ach, wie schön. Ich liebe Minecraft. Ich liebe es einfach. Das ist ein so einfach gehaltenes Spiel, was aber irgendwie so überzeugt durch seine Mechanik ist. Es ist so einfach und es ist doch so genial einfach. Wo ist denn jetzt der Berg hin? Ich sehe den Berg nicht. Wo ist der Berg, auf dem wir gerade standen? Da ist der Berg, auf dem wir gerade standen. Dann war das also hier, wo ich drauf geguckt hatte. Ach, ist das schön. Ach, ist das schön hier. Ja, ich glaube, ich glaube, das hier sollte eine schöne Ecke werden. Ja, das sollte es doch, denke ich. Ja, ich glaube, hier fange ich an zu bauen direkt. So, dann hauen wir doch hier erst mal direkt die Erde weg. Ja, Erde hatte ich schon ein bisschen einstecken, weil ich musste ja da hoch und habe, also ich habe das vorbereitet und bin da hochgeklettert. Und dann musste ich mir den Weg ein bisschen frei machen für das Intro. Da haben wir ein bisschen ein bisschen 18 oder 16 Erde. Was hatten wir eben? 16, 18, ich weiß es nicht. Ich glaube, 16. 16 Erde hatten wir noch einstecken, das Diamantenschwert. Gut, ich musste ein paar Enemies hier auf die Seite schieben, denen mal Beine machen und denen mal zeigen, wo es lang geht. Ich glaube, wir brauchen mal eine Schaufel. Ich brauche eine Schaufel. Eine Schaufel, eine Schaufel, eine Schaufel, Schaufel, Schaufel. Ja, ein bisschen Holz. Ah, Rezept. So. Äh, wie war das? Moment, so. Dann so, so. Ein Crafting Table. Eine Werkbank, eine schöne Werkbank. Die stellen wir jetzt erst mal hier hin. So, mit dieser Werkbank machen wir uns jetzt erst mal ein paar Hölzer. Ja. Upp. Oh, nee, was macht denn der hier? Ich dachte, der ist doch, der spawnt doch weg, oder? Der spawnt doch rumpisch weg. Ich brauche den hier jetzt nicht. Ich brauche den hier jetzt nicht. Achso, ich wollte eigentlich eine, äh, ich wollte doch eigentlich eine Schaufel machen. Hast du da irgendwas anderes gemacht? mich der Enderman hier ein bisschen abgelenkt. So, haben wir eine Schaufel. Äh, Axt können wir auch gebrauchen. Sonst habe ich doch nicht richtig, doch richtig gehandelt. Doch nichts Falsches gebaut. Wah! 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 Ja, 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 wek, 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 wek. Wirk! Ja. Dann haben wir gleich ein bisschen geröstetes verrottetes geröstetes verrottetes Fleisch. Oder das ist einfach nur verrottetes Fleisch. Meine Güte, was knurren die denn hier alle? Wo sind die denn? Hallo? Hallo. Ich würde ja behaupten, die sind unter mir. Ah. Ah. Weg, 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 weg. Weiche hinweg. Weiche hinweg. Ah, ja. Jetzt haben wir schon zwei. Tipp, tipp. Äh. Hallo. Ich hab leider nur nix für... Soll ich mal was für dich organisieren? Ah, ja. Da haben wir was. Dann kommt noch was. Komm schon. Naffensäge. Ich weiß grad nicht, ob das so ein guter Ort ist am Ende. Vielleicht sollten wir dieses Loch mal hier zu... machen. Äh, was denn? Da war's. Äh, mit was machen wir das zu? Hiermit. Einfach. Ein Block. Noch ein Block. Noch ein Block. Noch ein Block. Wunderbar. Ich glaub, da kommt jetzt erstmal nix mehr raus. Wenn hier nicht noch irgendwo der Eingang ist, ein anderer. Mein Gott, ist die Musik grad laut. Wui. So. Ich glaub, jetzt solltet ihr mich auch besser hören, oder? So. Ah, hier sind auch noch welche. Oh, 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 oh. Hey, 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 hey. Ich baue hier trotzdem. Ich mach euch alle fertig, am Ende. Ja, ich mach euch am Ende alle fertig. Ja, da kannst du... Da kannst du jetzt noch so heiß gucken. Ja. Das war's. Kein Gehör mehr. Ja. Ach so, hier hätte ich sowieso nicht rausgekommen. Gut. Ah ja. Gut. Sehr schön. Dann haben wir das. Ähm, ich würde das jetzt aber gerne hier alles irgendwie ein bisschen... ...begradigen. Ich würde es begradigen. Wie weit würde das denn gehen hier? Oh je. Oh je. Vielleicht... ...baue ich auch besser hier, hm? Hier ist... Ah, hier ist doch besser. Hier ist es doch bestimmt schöner. Das ist doch... Ja, da kann man das hier wegmachen. Dann übrigens noch mal wieder. Also lasst. Auch hier kostet... Das will ich dir jetzt French. Hier ist doch noch das. Ja. Ja, sehr schön. So. Das haben wir doch wenigstens mal... Ja. Das wird eine schöne Ebene. Ja. 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 Japp. So. Damit haben wir das. Du, 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 du. Moment. Haufen Dreck einstecken. Ein Haufen Dreck. Brauchen wir den Dreck? Wir brauchen den Dreck überhaupt nicht. Ja. Wir kraften jetzt mal... Erstmal Holzsticks. So, die Holzsticks haben wir schon mal. Nein. Zack, zack. Zack, zack. Wir brauchen vielleicht auch mal eine Spitzhacke. Wir brauchen vielleicht auch mal wenigstens ein Holzschwert, falls irgendwas kommt. Und wir brauchen noch eine Axt. Äh, eine Axt. Brauchen wir noch eine Axt? Nein, eigentlich brauchen wir keine Axt. Oh, ich wollte eine Schaufel machen. Ja, egal. Jetzt haben wir noch eine Axt dabei. Jetzt haben wir noch eine Axt dabei. Komm, machen wir zwei Schaufeln. Bäh. Hallo? So. Und so. Und so. Und so. So. Ähm. Ähm. Wieso wird denn das jetzt schon wieder Nacht? Hm. Also. Ich bräuchte vielleicht mal ein Schaf. Ein Schaf ist da hinten. Ah. Für eine Schere bräuchte ich... Eisen. Ja, gut. Solange wir uns kein Bett machen können. Oder kann ich... Ach, nee. Ich kann sie ja auch... Oh, je. Ja, dann ein Schwert. Was hab ich denn jetzt? Kein Schwert gemacht eigentlich. Willst du ein Schwert machen? Dann machst du kein Schwert. Gut. Dann... Da hinten ist ein Schaf. Da hinten ist ein Schaf. Hallo, Schaf. Ja. Viel Wolle, 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 Wolle. Eins. Eine Wolle. Ich hoffe nur, ich merze jetzt hier nicht alle aus. Denn ich brauche ja noch Schafe zum Überleben. Nicht? Wow. Das ging schnell. Haben wir hier irgendwo noch Schafe? Da oben ist ein Huhn. Das hat nicht viel zu tun. Liegt sonntags mal ein Ei. Nee, sonntags mal ein Ei. Und sonntags auch mal zwei. Boah. Spinne, 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 spinne. Seit wann können die schwimmen? Die können schwimmen? Das wusste ich nicht. Die können schwimmen. Ja. Creeper, Creeper. Schnell weg. Oh, Skelett. Äh. Oh, bitte schnell. Werd schnell wie der Tag. Werd schnell wie der Tag. Werd schnell wie der Tag. Okay. Lauf, lauf, lauf. Lauf, 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 lauf. Lauf, schneller, lauf. Oh mein Gott. Ah, Entschuldigung. Was ist eine schöne Insel hier? So eine Halbinsel. So eine halbe Insel. So, fast eine Insel. Nicht Halbinsel, sondern fast Insel. Ach, geh doch weg. Ach, geh doch weg. Ach, geh doch weg. Ah. Ahh. Oh, das sind mir zu viele. Das sind mir zu viele. Das sind mir zu viele und ich sterbe gleich. Und ich habe noch keinen Spawnpunkt. Ich habe noch keinen neuen Spawnpunkt. Ich habe noch keinen... Oh, Mann. Na, das ging ja gut los. Das ging ja gut los. Äh, falsche Richtung. Da muss ich hin. Moment, ich muss mal kurz... Oh, nee. So ein Mist. Ich möchte doch nur ein Bett. Ich wollte doch nur ein Bett haben. Ah. Ah. Schnell weg. Ah. Schnell weg. Schnell. Ah. Der Nächste. Ah. Oh, Gott. Was ist hier los? Ah. Uh, ist kühl nass. Hm, 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 hm. Äh. Komm, Mond, geh weg. Geh weg, du Mond. Geh weg. Geh weg. Zu lange gebaut, zu wenig drüber nachgedacht, ein Bett zu gebrauchen. Ja. Also, ich muss... Ja, 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 ja. Ist ja gut. Bleib mal locker, Junge. Bleib mal locker, Kollege. Immer schön locker, flockig durch die Hose atmen. Ach. Das gibt's doch nicht. Ja. Und immer auf diesem komischen Block hier. Hüpf. Hoch. Das ist nicht... Also, das soll jetzt nicht sein, ne? Das ist, äh, die erste Folge in gleich so'n Mist hier. Erste Folge in gleich so'n Mist. Hüpf. 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 Ich weiß jetzt nicht mehr, wo ich gestorben bin. War das hier? War's hier? Ich... Ich hab keine Ahnung mehr. War das hier? Hier? Ich... Weiß es nicht. Wo will ich denn gewesen sein? Oh, Mann. Ich bin einfach nur weggerannt und dann einfach planlos durch die... Ah, hier. Ah, hier ist es. Da ist die Wolle. Da ist das, da ist das. Ah. Sehr gut. Und noch ein Schaf. Komm her. Schaf. Ha. Hab. Ah, ich hab Wolle. Ich hab Wolle. Mond, geh weg. Mond, geh weg. Oh, das sieht aber auch toll aus. Huch. Bin ich auf die falsche Taste gekommen? Ei, 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 ei. Ja, nicht wundern. Ich mach ab und zu mal ein paar Fotos, weil ich manche Motive echt schön finde. Das hab ich mir irgendwann mal so angewöhnt. Immer mal wieder so schöne Fotos machen. Finde ich toll. Und hey, habt auch was davon, weil das wird dann der Samp. Ja? Sampnail. Samp. Samp. Sampnail. Sampnail. Das Sampnail. Hat nichts mit dem Sandmännchen zu tun. Sandmännchen ist was anderes. Apropos Sandmännchen. Ich glaube, wenn die jetzt hier verbrannt sind. Hier kommt, verbrennt. Komm, Sonne. Verbrennt. Komm, Sonne, 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 Na, ist jetzt Ruhe im Karton hier? Ja, ist jetzt Ruhe hier im Karton, ja? Ah, jetzt brenne ich auch noch. Okay, ich brenne nicht mehr. Sehr gut. Ich würde sagen, ich mache mir jetzt hier so ein kleines Löchlein in so einen Berg rein. Da ist meine Schaufel. Hier ist meine Schaufel und dann mache ich hier. Da, da machen wir jetzt ein Loch rein. Eins, zwei, drei. Meine Spitzhacke ist weg. Meine Spitzhacke ist weg. Spitzhacke, Spitzhacke. Spitzhacke. Zack, zack. Zack, zack. Oh, Steinzeit. Hu, hu, hu. Fortschritts-Steinzeit. Schau und dein Rezeptbuch. Schauen wir mal unser Rezeptbuch nachher rein. Aber ich denke nicht mehr in dieser Folge, denn in dieser Folge habe ich, äh, zu viel Schaden genommen jetzt, äh, das, ich brauche jetzt hier was zu, äh, wo ist die Erde? So, ruhe im Karton hier. Jetzt greift mich hier nichts mehr an. So. Ein bisschen Platz gemacht hier. Ja, das war schlau, weil ich brauche den, ich brauche den, äh, die Werkbank ja jetzt immer noch. Vielleicht stelle ich die Werkbank jetzt mal tatsächlich hier hin. Kann ich die jetzt mit, naja, so geht's schneller, glaube ich, ne? Ja. Die Werkbank. Ja, die können wir ja einfach eigentlich hier hin bauen. So, Werkbank. Das machen wir jetzt mal so provisorisch. Ich weiß, es sieht nicht toll aus. Es muss auch nicht toll aussehen, weil... ...das nur provisorisch ist. So. Wie war denn das jetzt mit dem Bett? Das Bett musste so und die Wolle so, ne? Haben wir immerhin ein weißes Bett. Wieso kann ich das Bett jetzt... ... Hallo? Ach, so war's. Okay, alles klar. Ja, vergessen. Kannst nur nachts oder während eines Gewitters schlafen. Gut, das trifft sich natürlich sehr toll. Äh, sehr gut. Toll. Weil jetzt ist mitten am Tag. Ja, da müssen wir wohl im Moment warten. Ich trinke mal kurz was. Achtung. So. 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 Ich glaube, ich trinke mal so lange hier den Dreck noch weg. Vielleicht könnte man noch... Ah, Moment, Moment. Wir könnten ja vielleicht noch ne, äh, Tür bauen. Klop. Hm. Hm. Klopp. Eine Tür, wir bauen eine Tür. Eine Tür, eine Tür, eine Tür. Eine Tür, eine Tür, eine Tür. Eine Tür, eine Tür, eine Tür. Wo ist jetzt? Achso, da habe ich ihn ja hin. Düpp, 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 düpp. Düpp, düpp. Sauber. Läuft bei mir. Düpp, düpp, düpp. So. Ja, so. Ich würde ja sagen, hier kann man vielleicht zumachen. Oh Mann. Wie laut sind die eigentlich? Das ist ja unfassbar. Also ich mag Dreck überhaupt nicht eigentlich. Das Einzige, wofür das ja auch gut ist, ist ja irgendwie zum Terraformen. Ja, wir brauchen schön viel Weizenkörner. Hier kann man auch noch ein bisschen Terraformen. So, zack, 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 zack. So, zack. Nachts oder während einem Gewitter. So, wir bauen uns jetzt mal den ganzen Mist hier aus. Oh nein, was habe ich jetzt wieder getan? Oh nein. Sagt nichts. Sagt nichts. Nichts sagen. Ich weiß das. Ich weiß das. Ich weiß das nicht. Ich weiß das nicht. So. 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 Ja. Ich würde jetzt aber auch sagen, wir haben 34 dann. Wenn die Sonne untergegangen ist, haben wir 34 Minuten auf der Uhr. Ich hoffe, das stimmt, weil es sollte eigentlich stimmen. Äh. Ja, doch, sollte. Ich habe ein paar mehr Versuche gestartet. Deshalb kann das vielleicht sein, dass ich da ein bisschen geistig verwirrt wirke. Was ich aber nicht bin. Im Moment. Noch nicht. Hoffe ich. Äh. Ja. Also wir haben 34 auf der Uhr. Was ich auf jeden Fall noch vorhabe, ist, ähm, hier schön, ah, hier habe ich schon schön Platz gemacht, ne? Hier haben wir jetzt schön Platz gemacht. Dann machen wir dann noch hier, ah, ne, geht noch nicht. Gut. Gut. Also ich würde auf jeden Fall noch, äh, mein, äh, mein Lieblingsressourcenpack, würde ich noch gerne drauf machen. sagen, das Betterleafs, das wirkt da ein bisschen blöd, das würde ich nicht drauf machen. Was ich noch auf dem Schirm habe, ist, äh, also Forge. Das nächste Mal starte ich auf jeden Fall mit meinem Forge. Da sind schon ein paar Sachen drauf, das erkläre ich euch dann. Und, äh, da sind schon so Sachen drauf, wie, äh, äh, die, die, die Korps, also, Körner, ne? Weizen und sowas, neue Weizensorten. Dann haben wir, äh, noch, äh, Rucksäcke haben wir auf jeden Fall. Rucksäcke, Rucksäcke finde ich super praktisch. Zum Reisen super toll. Auf jeden Fall. Das ist, äh, must have. Ich weiß nicht, warum es von Minecraft selbst das überhaupt nicht gibt. Rucksäcke, weil das mit den Rucksäcken finde ich sehr praktisch. Äh, und wir werden auch einige andere Sachen machen. Aber ich hoffe, ihr bleibt dabei. Ihr seid dabei und, äh, wir bauen uns hier was ganz Tolles auf. Schön mit Fackeln, mein Gott, was man hier alles machen kann. Das ist so toll. War das so schön. Oh, ich finde es so schön. Ja, gut. Dann haben wir jetzt 36 Minuten. Ich denke, das reicht für die erste Folge. Und, äh, ich gehe jetzt schlafen. Und dann sehen wir uns bald wieder. Bis dahin. Habt gute Laune. Habt viel Spaß. Wir sehen uns. Tschüss. 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 Tschüss.